Gut, eine Folge geht sich noch aus vom Livestream. Haben wir dann schon eine. Livestream wird dann am circa zwischen 20 und 21 Uhr gestartet. Zwischen 20 und 21 Uhr. Also Livestream. Gut, da haben wir jetzt die Schlüsselkarte des Opfers für Hotelzimmer 408. Wo es 906 war. Meine Drägen. Das war die gleiche. Das ist ein Hotel Keycard von The Deadman. Okay, 408. Was? Wollen wir noch ein Video vom Livestream. Ja. Gut. So, also wir werden da jetzt einmal auffahren. Auf Stockwerk 4. Oh, das Zimmer 408 suchen. Das dürfte da hinten sein. Das dürfte da hinten sein. Okay. Öffne. It's locked. Ja. Hey, da sei keiner. Das auch nicht geht. Umschneidlich. Was ist das? Oh, ein blauer Bär. Drücke. Okay. Gut, der blauer Bär. Blauer Schmusebär. Gut. Das heißt, wir werden da mit einem neuen ULT machen, wenn wir einen neuen Reisepass haben, bitte. Reisepass haben, das ist wichtig. Schau ihr an. It's a German Passport for Boris Schultz. Boris Schultz. Jetzt wissen wir mal, zumindest einmal, wie er heißt. Blühspirne war mit. Kann jetzt schon. Klopapier. Kann man auch nicht schaden. Kann man zweites Baby oder nicht? One sheet is enough. Ein Blatt genügt. Na gut. Da haben wir eigentlich alles gemacht. Drei Tisch können wir da eigentlich. Eigentlich, 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 eigentlich. Ah. Okay, da ist auch wieder ein Hagel. Zur Loppe. Zum Ausgang. Ah, das habe ich jetzt gar nicht gesehen vorher. Äh, Staubkernterl. ein bisschen ... 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 Let's do it. The door is spinning ridiculously fast. Okay. Okay. Oh, the hell of a shit. Let's do it again. Let's do it again. I think I'm still going to... What's going on with the front door? It does that sometimes, and everyone worries that the hotel's boo-a-boo haunted. But it usually fixes itself at some point to boo within a couple of days. How else may I be a boo of service? You look awfully familiar. Have we met before? I don't believe a boo so. Well, there you go. We can't stop the food anymore. Has anything happened to the hotel today? Nothing, Abu! Certainly not more cases of food poisoning. Definitely not a boo. Okay. Benutze. Ach du Scheiße. Wenn wir ziehen wir anderen einmachen. Ja, jetzt wird ich das hier noch benutzen. Ich weiß nicht, dass es ein Edmund passiert ist. Das ist eine Rino-Rino-Koincidence. Was ist das Rino-Rino-Koincidence? Oh, ich muss jetzt sehen, Abou. Es war ein Mr. George Michael. Ja. Er hat eine Rino-Rino-Koincidence. Ich möchte das Rino-Key für unsere Investition. Ich bin nicht sicher, dass ich das nicht tun soll, ohne Warrant, Abou. Aber, da gibt es nichts zu sehen, ich glaube, Abou, ich kann es dir geben. Danke. Endlich. Wie kann ich noch Abou sein? Eigentlich nicht. Ich werde deine schöne Lobby ausprobieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Abou. Okay. Dann muss ich das jetzt auch. Gelehrt. Wenn man das auch gekehrt, dann passen wir 906. 906. Das heißt, dass wir mal da benutzen, die Schlüsselkarte, äh klar, in 906. Okay, das werden wir dann gleich wieder verlassen. Uh-huh. Was war das all? Warum konnten sie nicht sehen mich? Ich bin tot? Ich glaube, das ist wahrscheinlich das was ich deserve. About time you joined uns in die Land of the Almost-Dead. Wer sind Sie? Ich bin Xavier, der Head Ghost, und ich bin in charge der Ghosts. Ich stehe ein ganzes Schiff. Everyone must pull their weight, or face the penalties. What do you mean, pull their weight? Don't ask. Time to update the schedule for everyone to follow. Clara, you're on elevator duty. Don't let anyone get to the penthouse. I was just on elevator duty. No arguing. Now, Vergil, keep up the good work on front door duty. Don't let anyone in or out of the hotel. It's about time the living started realizing who's really in charge around here. That doesn't seem right. That's irrelevant. New Ghost, you're going to scare at least one person who tries to use the drinking fountain in the lobby. Okay? Everyone to work. What are you waiting for, Clara? By the way, your brother died. Chuck's dead? When did that happen? I'm free of Chuck's tyranny. That is, I know he would have come here to tell me off if he could. I wonder why this Head Ghost seems so bossy. I've got to scare someone? Hmm. Maybe I have special powers. I need to stay focused and solve this murder, so I can... I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here to speak with the Lawrence to speak. I'm here to Chuck's group for the end. I'm here to scare one person from the Spender. I'm here to fly in the Jenseits. Now it's gruselig. Now it's gruselig. Now it's gruselig. Jawohl. He's a drittisch. That tickles also surprisingly easy. The elevator isn't on this floor. The elevator isn't on this floor. I'm here to talk. First of all. There's no water to splash there. Blue was never my favorite color. What's wrong? What? Chuck was always better than me. Scheiße. An electrical elevator button. Maybe I've got some... Alter, we should be able to start this. I'm here. I'm here. I'm here. Aaaaaaah. OUIDA. What is this? I'm talking about it. I'm talking about it. I'm talking about it. Du musst deinen Job machen, schreien jemanden in der Lobby, anstatt mit mir zu sprechen. Du willst nicht Xavier schreien. Ja, ist schon gut. Das ist gut. Ich springe mal, ich warte jetzt, das ist der. Da sollen wir jetzt werden erschrecken. Booster. Off. Off. Oh, das ist wohl nix. Baaauuuuuh. Stehne. Baaauuuuuh. Baaauuuuuh. Rede. 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 Überreden. Buh. 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 Kühle. 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 Spritze. Baaauuuuh. Get real. That's totally not the greatest! What's going on here, abu? I better jet out of here. Ha 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 ha. Oh, it's just the drinking abu fountain. As long as it's not something serious abu then I won't have to call our plumbers. Passable I'm surprised you had it in you Time for another ghost meeting Clara, Virgil Get over here now Virgil, good work on the door That should do it for today New ghost, average first scares Keep practicing Clara, stay on elevator duty I need some privacy This is outrageously unfair Why do the men get to finish for the day? Enough complaining Do you remember what happened last time? All right, all right Sorry about him, we don't know who put him in charge Oh, 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 oh Sansa, dear Oh, I made a dada Sansa, Pucci Pucci, 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 Pucci Naja, gut Scheu Ah, man hat besser auch noch mal geschreckt, okay Die Wutte eigentlich nicht Die Wutte Die Wutte Die Wutte So, aber wenn wir nicht sehen Bzdte 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 Die Bushaltestelle Die Hauptstraße Die Hauptstraße Bd Du mehr hat mehr.. Du weibst der Baust bei einem K 같아. Du weibst der Baust bei einem Körner. Du weibst der Baust bei einem Körner. Gut, das werden wir da. Facetron. Da haben wir ja das Foto der Leiche. In Facetron. Gut, was haben wir da noch? Und den Reisepass in Facetron. Okay. Nimm Identitätsbericht. Facetron Report Job 536 582 Input Foto. Input Personals als deutscher Reisepass Output. Foto identifiziert als verdächtiger deutscher Geschäftsmann Boris Schulz. Genauigkeit 100%, Fehlerrate 0. Facetron 3000 Patent Patent Pilatronik. Okay. Gut. Passt. Ja Leute, jetzt geht es im Live-Zoom weiter. Also dann bis um zwischen 20 und 21 Uhr. Tschüssi.